4, 3, 2, 1 Oh Gott, das geht ja noch mit Sohnbild. Oh, ich hab schon die ersten E-Mail noch gespielt. Nein, ist doch nett. Ernsthaft? Ja, und dann mal den... Ho, ho, ho! Es war einmal in Hollywood. Once upon a time in Hollywood. Oh Gott, das geht ja noch mit Sohnbild. 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 In einer zauberhaften Winternacht machen sich die geschäftigen Weihnachtselfen auf den Weg ihren magischen Aufgaben nachzweigen. Die beiden Elfen Holly und Jolly haben von Santa höchstpersönlich die wichtigste zugetragen bekommen. Sie haben die Ehre, den großen Weihnachtsbaum im Herzen der Movie Park Studios in all seine lichte Pracht erstrahlen zu lassen. On a magical waiter's night, the busiest Christmas elves set out to complete their magical tasks. The two elves, Holly and Jolly, were given the most important of all tasks by Santa himself. The two little elves have the honor of making the big Christmas tree in the heart of Movie Park Studios shine in all its glory. Das erleuchten des Weihnachtsbaumes ist in Hollywood in Germany eine lange Tradition. Lighting the Christmas tree is a long tradition in Hollywood in Germany. Santa Claus wählt nur die fleißigsten, mutigsten und treuesten Elfen für diese wichtige Aufgabe. Und dieses Jahr sind Holly und Jolly an der Reihe, den Weihnachtsbaum zu erleuchten. Santa Claus selects only the hardest working, bravest and most loyal elves for this important task. And this year it's Holly and Jolly's turn to light up the Christmas tree. Oh, Jolly, das ist so aufregend. Wir werden den Weihnachtsbaum erstrahlen lassen und all die Menschen erfreuen. Die beiden Elfen standen vor dem prächtigen Weihnachtsbaum, doch als sie versuchten die Lichter einzuschalten, geschah nichts. The two elves stood in front of the magnificent Christmas tree. But when they tried to turn on the lights, nothing happened. Oh nein, Jolly, was funktioniert nicht? Was sollen wir tun? I don't know, Holly. Santa is going to be so disappointed. Die Elfen waren entmutigt, aber sie gaben nicht auf. Sie riefen die Rentiere herbei, um zu fragen, wo Santa sei. The elves were discouraged, but they did not give up. They called the reindeer to ask where Santa was. Oh, hi, look. The nutcrackers are here. Maybe they can help us too. Off the duck. Off the duck. Off the duck. Off the duck. Musik Als die Lichter des Weihnachtsbaumes aufleuchteten, stiegen alle Wünsche und Träume der Menschen in den Himmel auf. Es war ein Happy End in den Movie Park Studios, das zeigte, dass selbst in den schwierigsten Momenten der Zauber der Weihnachtszeit und die Kraft der Zusammenarbeit die Herzen der Menschen erhellen können. Musik When the lights of the Christmas tree lit up, all people's wishes and dreams ascended to heaven. It was a happy ending at Movie Park Studios that showed that even in the most difficult moments, the magic of Christmas and the power of cooperation can light up people's hearts. Musik Movie Park Germany Movie Park Germany wünscht allen Gästen filmreife Weihnachten und einen guten Start in das neue Jahr. Movie Park Germany wünscht allen Gästen ein Filmreife Weihnachten und einen guten Start in das neue Jahr. Musik Musik Oh, da war noch zwei. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Musik